Am 7. Dezember 1970 soll Bundeskanzler Willy Brandt in Warschau einen Kranz niederlegen für die Opfer des Warschauer Ghettos. Eigentlich Protokollroutine, doch plötzlich ist alles anders. Da steht kein Politiker mehr, es kniet ein Mensch, der um Vergebung bittet. Das war die Eingebung eines Augenblicks. Instinkt. Empfindlichkeit. Das kann man nicht überlegen. Brandt kniet am Ort eines unvorstellbaren Verbrechens. 450.000 polnische Juden, eingesperrt von den deutschen Besatzern, vegetieren ab 1940 im Warschauer Ghetto dahin. Fast alle werden später in Treblinka ermordet. Es ist aber auch der Ort des ersten Aufstands gegen die Nazis. Ausgerechnet jüdische Partisanen leisten der hochüberlegenen SS wochenlang Widerstand. In Deutschland ist die Geste zunächst umstritten. Laut Spiegel-Umfrage halten sie 48 Prozent für übertrieben. Und die Opposition schäumt, Kniefall und Ostpolitik seien eine Kapitulation gegenüber dem Kommunismus. Die vorliegenden Verträge festigen die Herrschaft der Sowjetunion. Brandt aber lässt sich nicht beirren. Mit der Unterzeichnung der Ostverträge verzichtet die Bundesregierung darauf, die europäischen Grenzen noch einmal mit Gewalt verändern zu wollen und erkennt die Oder-Neiße-Linie als Westgrenze Polens an. Die Freundschaft mit den Völkern des Westens, das Vertrauen, den Ausgleich mit den Völkern des Ostens hinzuzufügen, ist das nichts? Das überzeugt zwei Jahre später bei der Bundestagswahl die Mehrheit der Bürger. Sie stimmen ausdrücklich für diese Ostpolitik. Die SPD erreicht 45,8 Prozent. In Warschau erinnert eine Gedenktafel an den Kniefall. Die Versöhnungspolitik, die hier beginnt, wird später wichtige Voraussetzung für die Wiedervereinigung. Wenn ein Kanzler diese Geste macht, dann braucht man vor Deutschland keine Angst zu haben. So ist der Kniefall einer der wichtigsten Tage der deutschen Geschichte im 20. Jahrhundert. Schriftsteller Navid Kermani in der Feierstunde 65 Jahre Grundgesetz. Wenn ich ein einzelnes Ereignis, eine einzige Geste benennen wollte, für die in der deutschen Nachkriegsgeschichte das Wort Würde angezeigt scheint, dann war es der Kniefall von Warschau.